Ich hab keine Seife, könnten sie vielleicht... Geh weg! Ich will doch nur... Ah, bitte, mein ganzes Geld nimm's! Und lass mich leben! So dreckig sind meine Hände doch nicht. Hey, wollt ihr meinen Toilettenwitz hören? Willst du uns umbringen? Ist das wirklich? Oh, nein, nein, ich hab die Hässlichkeit. Eine Ewigkeit später. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin doch völlig entstellt!